Mit diesem Bild fahndet die Kripo Chemnitz nach einer EC-Kartenbetrügerin. Sie hat am 7. Oktober vergangenen Jahres mit einer gestohlenen EC-Karte 1170 Euro abgehoben. Wer ist die Frau auf dem Bild? Ihre Hinweise bitte jetzt an die Kripo in Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387 3445. Untertitelung des ZDF für funk, 2017